Oh. Oh. Mein Gott. Habe ich ja ganz vergessen. Ich stehe ja noch in der Kreide. 99 Luftballons. Genau. Ja, mache ich mir das jetzt einfach oder muss ich es schwierig machen? Ach, um 22 Uhr. Nee, wieso? Aber ich mache es mir einfach. Achso, ja, natürlich. Ja, ich habe extra eine Herz-Lungen-Maschine gekauft. Damit es nicht so anstrengend wird. Man weiß ja nie, wozu man das brauchen kann. Jetzt habe ich wieder auf den Stecker getreten. Jetzt die Kamera weg. Kling, 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 kling. So, ich sehe jetzt wieder. Jawohl. So, dann machen wir das doch mal eben. In Lande. Nicht wahr? Ja, ich freue mich. Ja, extra für den Rainer. Der hat ja heute gebutzt. Was für eine Fahrrad in der Ballon. Das wissen wir gleich, wenn er platzt. Wo ist denn hier der? Alter. Nicht so laut. No. Oh. Oh Gott, das will ich. Der nimmt hier ja richtig fast ein. Happy Gebürger sprach. Moin, na dann. Happy Birthday. Ja. Happy Birthday, Rainer. Danke. Rainer. So, er ist mit Operationen am offenen Herzen hier. Gitti Gemürger sprach. Rosa, okay. Da platzt der Bildschirm. Da platzt der Bildschirm. Ja, irgendwie ist er, ist er, na, er ist nicht klein. Er ist nicht klein. Ja, doch, ja. Ja. Echtes Ding. Echte Größe. Ja, eben. Nur die Großen kommen in den Garten, oder wie war das? Mach dich mal, mach dich mal da hinten. Kriegen wir das irgendwie so gestapelt? Es bricht zwar alles zusammen. Nee. Nicht wirklich. Dennis sprach. Oha. Gleich zuckt Opa zusammen. Wenn er platzt, auf jeden Fall. Doch, ich spenne nochmal 100 Bits. Damit der Raum voll wird, oder was? Ja. Ja. Ja, das ist ja, irgendwie, präsentier mich mal, so nach dem Motto. Du musst mal, du musst mal ein bisschen kurz machen. Gitti Gemürger sprach. Musst so bleiben, nur ein Handy fliegen ist schwer. Er flog mit Handicap. Genau. Er flog mit Handicap. So. Ja, ist das wieder lustig. Lassen wir mir die Luft aus dem Bild. Und jetzt, jetzt machen wir das mal, machen wir mal ihre Aussprache. Die müssen wir jetzt mal pimpen, ja? Ja.